Jetzt ist der Sound wieder laut. WTF? Warum stürzt Skype ab, wenn ich aufnehme? Ja... Ich würde sagen, da ist noch was aus Erd an der Seite, ne? Das können wir auch aus Bambus machen, eigentlich. Ja, doch schon. Aber wie soll ich das machen? So. Machen wir gleich, machen wir gleich. Jetzt wird's wieder dunkel. Ich würde sagen, nächsten Tag holen wir uns noch mal ein Stückchen Bambus. Du kannst nur nachts schlafen. Ich kann nur nachts deinen Anus in meinen Anus stecken. Oh, ich wollte mich nicht draufsetzen, tut mir leid. So, warte mal. Wie viel Spinnseide haben wir? Wie viel Spinnseide haben wir? Acht. Können wir uns schon mal zwei Wolle machen? Eins brauchen wir noch. Ich würde sagen... Ne, wir haben genug, wir haben genug, wir haben genug. Dann baue ich mir jetzt erstmal... Ähm... Ich muss mal ins Buch gucken. So ein Ständer auf. Wo, wo? Hier, da ist das Buch. Da ist das Buch. Ständerchen. Da, so. So, so. So. Okay. Bambus. Und da drüber... Ich hab aber nur einen Bambus. Och, komm, leck mich doch an den Hintern. Ne, ich wollte nicht pennen. Geh wieder raus, Mann. Ich wollte Spinn töten. Ach, kann ich jetzt auch machen. Kann ich jetzt auch machen. Warte mal, kann ich mir eigentlich... Ähm... Wir brauchen jetzt wirklich echt viel Bambus. Für Werkzeuge, für andere Sachen zum Bauen. Wir haben zu wenig. Kann ich mir eigentlich auch... Ähm... Ein Schwert machen? Lol, es gibt ja noch eine andere Sorte. Hier. Oh, Kristalle. Oder wie kann man die sich craften? Krass. Ein Fischernetz machen wir uns auch noch. Ist das eine Klobrille? Machen wir uns auch noch. Oh, man kann sich so viel aus Bambus machen. Das ist so genial. Also kein Schwert. Man kann sich kein Schwert machen. Okay. Echt nicht? Ne, geht wohl nicht. Dann machen wir uns halt ein normales Schwert, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Normales Schwert. Ich beschwöre dich. Warum sieht das Schwert aus wie eine Schaufel? Weil sich der Simi verbaut hat. So. Aua, das hat weh. Bambus, ich komme. Ich will dich heiraten. Bam, 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 bu, di, 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 di. Oh, wir haben noch Orangen. Ha, die haben wir ja sowieso. Guckt. Mann, war da flach. Das war ja noch nicht mal Witz. Oh, ich bin so schlecht, Mann. Ich bin einfach so schlecht. Äh, ja. Ein bisschen Bambus ist hier ja. Das können wir einfach mal mitnehmen. Boah, das ist aber echt viel gewachsen. Guck dir die Scheiße mal an. Oh, geil. Krass. Nehmen wir erst mal schön viel mit. Von dem Zeugs. Alter, wir haben ja echt, das ist ja echt ganz schön viel. Meine Herren. In so einer kurzen Zeit wächst da erst mal so, so ein bisschen Bambus. Damit kommen wir jetzt erst mal ein bisschen aus, würde ich sagen. Wenn mein Inventar nicht voll wäre. Ich brauche dieses Spinnauge nicht. Äh, äh. Warum ist der Sound hier zu leise? Warum ist der Sound hier zu leise? Weil Skype nicht mehr funktioniert. Jetzt ist der Sound wieder laut. WTF? Warum stürzt Skype ab, wenn ich aufnehme? Okay. Krank, aber okay. Ähm. Wir machen uns jetzt erste Mal, äh, Möbel, ein Werkzeug, ein Arsch aus Bambus. Ähm. Wir müssen aber erst mal Wolle färben. Komm her. Komm. Wolle, Wolle färben. So. Dann machen wir uns jetzt erst mal einen schicken Schirm. Umbrella. Uh. So, ähm. Dann brauche ich noch ein Werkzeug. Eine Spitzhack am besten. Nice. Geil. Müssen wir gleich mal austesten. Die sieht aber ganz schön cool aus, oder? Doch. Finde ich schon. Aber. Wirklich schneller ist sie nicht. Ist sie jetzt vielleicht nur für Bambus geeignet. Sieht aber nicht so aus. Gut. Den Schirm, oder den Schirm, stellen wir einfach mal hier neben. Krass. Oh, ist das geil. Alter. Das ist cool. Kann ich ihn auch wieder mitnehmen? Ja, kann ich. Cool. Ich glaube, ich stelle ihn lieber hier hin. Weil dann ist der, äh, der Stuhl auch noch ein bisschen vom Schatten, äh, eingekreist. Also das ist doch mal cool, oder? Das, das hat doch was. Das, das chillt doch. Ah, das, das chillt. Ja. Dann machen wir hier erst mal noch ein bisschen Bambus hin. Dafür müssen wir aber erst mal ein bisschen Bambusblöcke herstellen. So. 33 Stück haben wir. Das geht doch schon mal. Nein, ich komm nicht bis da hinten hin. Heul. Voll das echte Heulen, so voll, voll, äh, voll, äh, voll, äh, ne? So, echt und so. So, jetzt sieht das Haus wenigstens nicht mehr aus wie ein halber Erdblock. Das hat ein bisschen Stiel. Zack. Jetzt müssen wir das gleich nur noch auf der anderen Seite machen. Und dann fehlt uns nur noch hier, äh, so eine Liege oder was auch immer das war. Also wir konnten uns ja noch ein Möbelstück machen. Das machen wir uns dann auch noch. Zack. Zack. Fertig. Hätten war. Passt. Jetzt gehen wir eben nochmal hier durch. So. Bauen uns nochmal ein bisschen mit Stein nach hinten. Zack. Ich hab keine Schaufel, ne? Oh. Regt mich das auf. Ich muss sagen, so viel Bambus war das ja jetzt auch nicht, ne? Leider ist bald schon wieder alle. Mano. Warum nur? Okay. Schauen wir uns das gleich nochmal von unten an. Das Spektakel, wie das Ganze einfach mal ausschaut. So, ich mach jetzt, ich teste jetzt mal das Werkzeug aus. Ey, das ist ja echt viel besser. Und, äh, vor allen Dingen, du kannst es so oft craften, weil du davon so viele bekommst. Das ist, das ist gut, aber... Na gut, so schnell kaputt tun geht es ja auch nicht. Ähm, dann würde ich einfach mal sagen, das bauen wir eben nochmal zu. Schauen uns das mal von unten an. Und dann bauen wir hier nochmal mit den 14 Blöcken ein bisschen weiter. Haben wir noch viele Treppen? Ne, haben wir nicht. Ein paar Blöcke einsammeln. Also das Haus ist doch schon mal... ziemlich entspannend. Da ist das noch Erdblöcke. Och, komm. Verarsch mich doch nicht. Am besten was nehmen, was schnell kaputt geht. So. Hier gibt es auch einen sehr schönen Trick. Kann ich euch auch gleich mal zeigen. Hüpsen, hüpsen. Nein, das mit dem Hüpfen meinte ich jetzt hier nicht. Das ist kein Trick. Das ist eine nackte Tatsache. So. Da und da. Und nun waren es nur noch vier... Äh, zehn. Kann ich... Kein Mathe. Kann ich nicht zählen. Da stehen... Jetzt stehen da zehn und ich sage vier. Ja. Ich bin so episch. So. Gut. Dann zeige ich euch jetzt mal den Trick. Aber den kennt ihr wahrscheinlich... Kennen eh schon die meisten. Wie man den Sand schneller wegbekommt. Und zockt und... Wolltest du mich... Willst du mich verarschen? Warum hüpsst du nach da? Das ist mir ja noch nie passiert. Ähm... Dann stärken wir uns ein bisschen. Jetzt sieht es aber ganz okay aus. Haben wir noch was zu essen? Ja, Fleisch. Aber das hebe ich mir erst mal auf. Ähm... So. Ja. Nein! Ey, wieso bewegt der sich immer von alleine, wenn ich springe? Kacktastatur. Lecke mir am Arsch. Am Arsch. Bitch. Der bewegt sich aber auch die ganze Zeit. Hallo, guck mal hier. Ich springe ganz normal, Leute. Ich springe ganz normal und der bewegt sich einfach nach unten. Was für ein Sackhund. Ich verliere die Kontrolle über ihn. Er steuert sich selber. Ist aber nicht schön, wenn man springt und... Äh... Er steuert sich selber. Das macht nicht so viel Spaß. Wie als wenn man ihn selber steuert. So. Das reicht erstmal. Wir machen nochmal eine Erkundungstour. Und zwar in die Richtung. Und... Dann schauen wir mal, was wir da nochmal finden. Vielleicht finden wir ja Affen. Vielleicht finden wir was, was... Äh... Was wir noch nicht so entdeckt haben. Dann gehen wir nochmal zurück nach Hause. Ey, das sieht so... Das sieht so geil aus. Guck mal mit den Regenschirmen da oben. Das sieht so cool aus. Und dann würde ich einfach mal sagen... Vielleicht sollte ich Leertasse drücken, um oben zu bleiben. Also das... 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 Das chillt. Das sieht ziemlich toll aus. Das hat was. Ich hab so das Gefühl, dass hier gar nichts in der Richtung ist. Aber wenn wir zurückkommen, dann würde ich sagen... War's das erstmal? Mal... Mit dem Aufnehmen... So... Scheiße, da ist gar nichts. Dann gehen wir halt erstmal nach da. Ich muss mir aber die Richtung merken, wo ich hergekommen bin. Okay. Ja, ein Hai. Oder ein Schwertfisch. Den will ich aber jetzt nicht angreifen, weil er mich sonst angreift. Und ich brauche jetzt auch nicht unbedingt was zwischen die Zähne. Toll! Das ist ja geil. Jetzt wird's dunkel. Ich hasse, Mann. Voll scheiße. Dabei bin ich doch gerade erst angekommen. Wir suchen nochmal ein paar Spinnen unterwegs. Warum nicht, ne? Können wir die auch nochmal ownen. Und dann können wir uns das dritte Möbelstück machen. Und dann haben wir alle komplett. Dann haben wir... So ein chilliges Haus. Ähm... Was ist denn hier? Ich würd's mal sagen, ich setze... Hier... Sand hin. Damit ich weiß, dass ich dahergekommen bin. Interessant. Hier scheint aber nichts zu sein. Doch, Musik! Musik ist hier! Alter, Mann, er bewegt sich die ganze Zeit nach rechts! Da sind Leguane! Und hier sind nochmal ein paar Mangos. Oder? Nee, das ist Grapefruit. 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 Ich find's immer lustig, wie manche, äh... Ich sag jetzt mal nicht, woher, aber manche sagen, zu den Grapefruit, Grapefruit oder so, also. Gut, man, eh, Englisch ist auch nicht besser. Hahaha, wie soll ich mich nicht so lustig machen, ne? Das ist normales To-Kore, ne? Wollen wir das mal auch angehen, hier, das... das Dingensen? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. ...